Hallo liebe YouTube-Freunde, das Jahr 2017 ist zu Ende gegangen. Das 2017 war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr gewesen für mich und meinen Kameramann. Insgesamt haben wir jetzt rund 670 Abonnenten. 670 Abonnenten innerhalb von, zu gerechnet, zwei Jahren. Wir hatten in 2017 485 neue Abonnenten. Und dabei anklicke oder aufrufe, 65.000 Aufrufe innerhalb des letzten Jahres. Das heißt also, insgesamt haben wir nun rund 100.000 Aufrufe. In 2016 hatte ich erst 169 Abonnenten gehabt und 29.000 Aufrufe. Also 2017 war ein sehr erfolgreiches Jahr, nicht nur für mich, auch für meinen Kameramarko. Ihr habt Marco ja schon erlebt und gesehen, bei dem Livestream, den wir von Köln aus gemacht haben, er ist jetzt auch wieder dabei und ich habe eure Hinweise bekommen, ich habe eure Zuschriften bekommen, habe eure Ideen bekommen, was wir noch machen müssen, was ich noch machen muss für euch. Ihr habt schon alles in Vorbereitung. Wir werden Anfang Januar anfangen, neue Sendungen zu erstellen. Bei der neuen Sendung, nur als kleiner Tipp, ihr werdet kennenlernen, wie eine Röhre funktioniert, mit einer Elektronenröhre von Anfang bis heute. Schön im Aufbauen, was ihr gerne sehen wolltet. Das andere verspreche ich euch noch nicht. Ich weiß es zwar schon, was alles drankommt, aber das hat jetzt seine Zeit. Jeder wird bedient. Marco hat euch ja geschrieben, geantwortet auf eure Anfragen, ist in Vorbereitung, ist in Erinnerung. Das ist bis zu mir durchgedrungen, von Köln bis hierher nach Marburg, sind weiter wie ich gewesen, per E-Mail, kein Problem, haben wir schon hingekriegt. Aber, also, für euch, der Rest des Jahres, das sind nur noch ein paar Tage, einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr für alle von euch. Hoffentlich nicht so viel Schnee, wir brauchen keinen Schnee, mir reicht das so. Mach mal einen kurzen Blick in den Wintergarten, so wie es heute hier in Marburg aussieht. So sieht es aus in Marburg, beim Meister Jambow zu Hause. Also, naja, man könnte ein paar Pflanzen schneiden, aber es reicht so. Wir werden dann Anfang März mit den Pflanzen mit der Bearbeitung, wenn wir hier mit den Sendungen fertig sind. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich kommen noch mehr Gäste dazu. Alles in allem, einen guten Rutsch und ciao! Ciao!